Hallo und willkommen zu den Switchboard Charts vom 5.2. bis zum 11.24. Alle Spiele, auf 1.24 haben wir Legacy in the Cover, auf Platz 3 haben wir Lego Marvel, auf Platz 4 haben wir Survival Simulator, auf Platz 4 haben wir Harry Potter, Harry Potter Collection, auf Platz 8 haben wir Survival Simulator, auf Platz 4 haben wir Legacy World, auf Platz 8 haben wir Legacy World, auf Platz 4 haben wir Microphone, auf Platz 10 haben wir Boost 3.24, City Road, X-Trival Sound Road haben wir auf dem ersten Platz, weil ich bin echt nicht Alkohol, jetzt darf ich nicht, X-Trival Sound haben wir auf Platz 1. Survival Simulator, auf Platz 4 haben wir Survival Simulator, auf Platz 6 haben wir Poppy Playtime, auf Platz 9 haben wir Fahr, auf Platz 9 haben wir Fahr, fahren Lone Sails und auf Platz 10 haben wir Moorhoen Remake, das waren die die Switchboard Charts vom 5.2.20 bis zum 11.24, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, tschüss.